Hallo meine Freunde und willkommen zurück zur Zuschauer-Challenge von Super Smash Bros. for Wii U. Mein heutiger Herausforderer ist Burak, der mit dem, äh, Mi Brawler spielt. Das ist auch mal was ganz Neues. Und, ähm, er spielt in der Smash-Gruppe TBS? TSB. Okay. Ähm, und ich starte wieder mit Schulk. Ne? Aber wir haben heute mal eine ganz neue Stage, die wir noch gar nicht hatten, und zwar Dreamland 64. Sehr schön, warum auch nicht. Okay, sorry für den Schnitt. Äh, muss gerade noch was klären. Gut, es kann losgehen. Ich öffne erstmal ein bisschen mit mir rum, aber ist okay. Okay. Das kann losgehen. Jetzt bewegt er sich nicht, oder was? Ah. Okay. Wir sind wieder am Geschehen. Ah, Mist. Okay, macht das schon mal ganz gut. Gegen Mi Brawler habe ich auch überhaupt keine Erfahrung. Wow. Okay, alles klar. Ist gut jetzt. Wow. Okay. So, rettet er sich also. Okay. Wie gesagt, gar keine Erfahrung. Außerdem, es ist ja auch noch verschieden, je nach Spieler. Man kann hier customizen. Ich spiele zwar ohne customizen, also immer die, äh, Standard-Moves, also die ersten. Hier, wie es mir gesagt hat, aber, oh, okay, da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Äh, aber selbst die kann ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Fuck. Oh, nice. Schade. Daneben. Nein. Das wollte ich aber nicht. Das wollte ich. Die beiden schieben wir erst mal. Äh, nein. Ich wollte... Zu spät. Sonst hätte ich das gar nicht getroffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Nice. Das war etwas riskant. Nein! Fast voll. Ah, come on. Das war jetzt reflexartig. Weil ich meistens fast voll noch neutral, ey. Äh, neutral. Ey, mach ich gerade auch mal richtig. Na, verdammt. Hab ich getroffen. Na, verdammt. Das wird schön gewesen. Ah, schade. Ich dachte, es klappt wieder. Ja, Mist. Das wollte ich nicht. Und? Wow. Das war gut. Mist. Äh, was war's denn? Total random. Das mit dem Timing fürs Tank muss ich echt noch mal üben, ey. Und die gehabt das echt selten. Nice. Aber ich bin fast am Arsch. Jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen. Ein bisschen defensiver spielen. Nein. Das hat es gerade nicht so gut gehabt. Verdammt. Ich wusste auch, was kommt. Ich hätte... Da hätte ich doch echt Konter machen sollen. Okay, das war schon mal blöd. Der erste Kill war ein bisschen blöd, echt. Da habe ich nicht gut aufgepasst, wo ich gerade am Labern war. Ach ja, ach ja. Der Fluch ist als Players. Man kennt es. Aber okay, ähm... Bleib bei Schulk ist jetzt die Frage. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube doch, ja. Es lief gar nicht so schlecht. Und dann mal los. Dann mal los. So, okay. Ich nehme mal wieder. Na, könntest du raten. Weil ich schloss Omega. Ich muss euch zugeben, die Stages mit so vielen Plattformen wie Battlefield oder auch hier gerade von eben Dreamer 64 liegen mir, glaube ich, nicht ganz so gut. Die verhören mich eher, die Plattform. Smashstadt geht noch einigermaßen, weil die bewegen sich. Die sind nicht ganz so stören und kann man eventuell auch für sein den Vorteil nutzen. Kann man bei den anderen auch, aber... Wie gesagt, lieb mir nicht so. Verdammt. Was? Ah, es leckt. Was? Verdammt. Jetzt macht das echt gut gerade. Kommt er mich gerade echt gut aus. Ah, verdammt. Das war nicht gut. Wird er nicht kommen, won? Speed wollte ich nicht. Ah, kacke. Ich dachte, hinter mir. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Nice try. Nice. Reicht aber nicht. Das war auch nicht. Verdammt. Das war zu riskant. Was? Warum killt er sich? Nein. Das war auch okay. Ah, okay. Wenn er meint. Das war meine eigene Schuld eigentlich. Ich hätte das echt nicht machen dürfen. Ich hätte das echt nicht machen können. Nice. Ich bin zu früh. Was war's denn? Ja. Erstmal gepfutzt. Das ist nicht meine Absicht. Nice. Geht mit der Art natürlich nicht. Logischerweise. Ich will erst mal Prozente aufbauen. Was mir nur Scheiße machen, klappt das natürlich nicht. Aber so. Nice. Und es reicht auch noch. Sehr schön. Hä? Du hättest dich echt nicht killen müssen. Aber gut. Damit hab ich zumindest das 1-1. Ist auch mal was Schönes. Okay, dann gucken wir uns mal an, wie die dritte Runde läuft. Hoffentlich ohne irgendwelche SDs oder so. Das wär schön. Es ist immer noch derselbe Tag wie vor 2 und vor einer Aufnahme übrigens. Von daher hoffe ich echt, dass es klappt. Gut. Dritte Runde. Und ich würde sagen, ich bleib immer noch bei Shulk. Und die Stager seien Battlefield. Ja, wie die Plattform, ne? Ich hab's gar nicht erwähnt. Verdammt. Ich glaub, dass es ihm schon ein bisschen aufgefallen kann. Ich weiß nicht. Oder er spielt einfach gerne auf den Plattformen. Das kann natürlich sein. Vielleicht ist das auch ein Vorteil für seinen Charakter. Vielleicht sogar ein Vorteil für Shulk. Ich weiß ja gar nicht. Aber ich komm nicht so gut damit klar. Das muss ich vielleicht noch üben. Ich weiß nicht. Also, das wär auf jeden Fall nicht schlecht. Weil viele nehmen ihm auch gerne Battlefield. Verdammt. Nein. Hätte aber gar nicht viel schwächer gespielt. Oder kommen wir das nur so vor? Ich hab's ja halt nicht extra verloren. Das wär nämlich... Blöde. Fänd ich nicht so cool. Au, au. Was? Ich fuß halt rausgekommen. Ja. Verdammt. Das war dumm. Das war wieder so dumm. Ja, Mist. Das gibt's noch nicht. Dass ich mal langsamer bin. Verdammt. Verdammt. Das hab ich ungedeutet. Das wollte ich nicht. Was bin ich die ganze Zeit so hoch? Was zum Hölle? Was zum Hölle? Was zum Hölle? Genau. Nämlich. Äh. Voll weggedrückt. Eigentlich wollte ich packen. Oh, nice. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es reicht. Äh. Da noch ein Grund. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. 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 Ah Gott, hab ich ihn. Ah, schade. Nö. Wir haben den Spot-Doge abgewartet. Huh. Das war ganz schön knapp. Oh, nice. Das war klar, was nicht so einfach wird. Ah, schade. Wow. Das war knapp. Das war ganz schön. Nice, wie hat's so viel losgelassen? Schade, Mist. Okay, ich muss zugeben, das war überhaupt nicht geplant. Ich wollte wieder New-Toray machen. Wie ist das denn passiert? Ich will doch... Hä? Hab ich echt nach unten gedrückt? Vielleicht zu früh angedrückt, als ich nach unten gedrückt habe, um runterzukommen von der Plattform. Das kann natürlich sein. Aber okay. Warum auch nicht? Hat funktioniert zumindest. Auch wenn ungewollt. Oh Mist. Das war dämlich. Ah, was? Verdammt. Das war gut. Das war echt gut. Ich dachte, ich würde ihn gekriegen mit dem Abi. Äh, Abi. Ich bringe noch heute alles durcheinander. Aber, sehr schön gekämpft. War doch... War doch relativ spannend, ja? So, teilweise dachte ich, wow, der macht echt krasse Sachen. Das ist mir krass zu überlegen. Und dann teilweise habe ich doch auch gut wieder zugelangt, sag ich mal. War schön. Auf jeden Fall Glückwunsch für den Eintrag in die Rubeshalle. Und vielen Dank für deine Teilnahme. Und, ja, schreib doch GDS. Jo, danke, GD. Dir ebenfalls. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Oder vielleicht auf der Schachwelt. Also, bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018